So, was haben wir hier? Irgendwas hat sich von der Kette losgerissen. Die Lichtstimmung ist ganz anders geworden. Wo die wohl hinführt? Wow, es ist der Hammer. Es sieht schon wieder so unglaublich gut aus. Da geht es weiter, da geht es weiter. Okay. Wir freuen uns hier erstmal an unseren kleinen Kumpel. Da ist ein Halt zum meditieren. Komm mal her, Kleiner. So. Befreien wir hier mal ein paar Fische. Bogenstirnhammerhai. Ich glaube, irgendjemand hat diese ganzen Fischfresser eingesperrt und ich denke mir so, wir lassen sie auf die Fische los. So muss das sein. Was hat man da unten? Kann ich da irgendwas machen mit? Ja, damit kann ich interagieren. Was tut sich da? Die Tür geht auf. Ah nee, okay. Wir müssen es zweimal machen. Okay. So, gucken wir uns mal da unten um. Aha, noch ein kleiner. Den lassen wir hier natürlich auch nicht einfach links liegen. Den befreien wir auch. Bis jetzt habe ich zwar nie alle gebraucht, immer nur einen. Man weiß ja nie, wie viele davon gefressen werden. So, was kommt hier raus? Eulenrochen. Die haben hier echt so viele Fischarten reingebaut. Und vor allem so hübsche. Da. Das sind die Kleinigkeiten, von denen ich rede. Kleiner Kraken. Eigentlich, man kann doch dieses ganze Spiel durchschwimmen. Einfach nur die ganze Zeit mit offenem Mund. Immer mal wieder wow sagen. Das ist wunderschön. So, da müssen wir lang. Da ist der Hai zum meditieren. Den werde ich wieder zum Schluss machen. Denn wir müssen hier ja immer mal wieder Fische befreien. Also sehe ich keinen Sinn dabei, das jetzt schon zu machen. Aber wir gucken mal, was es hier in diesem Loch gibt. Oh. Perfekt. Genau diese Dinger suchen wir ja. So, eins mehr haben wir jetzt. Lass uns hier raus. Ich könnte eigentlich mal ein bisschen schneller schwimmen. Ich vergesse mal X zu drücken. Jetzt reiten wir erstmal kurz auf diesem lustigen Ding da. Sieht aus wie ein Tuhaido. Adlerrochen. Wow. Wie zufrieden er seinen Mund immer so aufmacht. Okay, das scheint Spaß zu haben. Macht auch ein bisschen einen dümmlichen Eindruck. So. Ah, okay. Wir müssen hier also mit einem von unseren kleinen Kameraden durch, damit wir die nächste Kette aktivieren können. Na dann. Auf auf, Leute. Tut, was ihr tun müsst. Kleiner Taucherbord setzt der Schneider ein. So, das ist die nächste Kette. Da kriege ich richtig Lust, mal wieder Journey zu spielen. Ist es echt so. Vielleicht werde ich einfach den Link zu meinem neuen Journey Let's Play in die Beschreibung einfügen und das auch hier hochladen. Man kriegt halt echt wieder sofort Lust, nochmal Journey zu spielen. So, die Tür ist offen. Heißt für uns, es geht weiter. Nein, Moment, wir wollen ja erst noch mit dem Hai interagieren. Auch immer, der jetzt hin ist. Da oben ist er. So. Ist das die Tür oder kommt die da? Ne. Das müsste sie sein. Okay. So. Jetzt haben wir hier erstmal den Hai. Gehen wir mal ein bisschen meditieren. So, was haben wir hier? Die Bogenschönhammer, die wir befreit haben. Der sieht sehr merkwürdig aus. Sehr lustiger Fisch. So, was haben wir hier noch? Eine See-Kuh. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Dieses Meditieren ist schon wichtig. Die wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Die See-Kuh. Wo geht es weiter? Weiblicher kalifornischer Lippfisch. Ja, den kennen wir. Garibaldifisch. Da so ein einsamer Elefantenrochen. Nein, Eulenrochen. So hießen die Dinger. Aber die sind hübsch. Ich mag die. Die sind echt alle mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Richtig schön. Kelbfisch. Dann wieder unseren Bogensteenhammerhai. Kriegen wir noch was Neues. Kelbfisch. Bogensteenhammerhai. Bogensteenhammerhai. Vielleicht war das bloß ein Zufall, dass es das eine Mal irgendwann bei links nicht mehr weiter ging. Weil kein anderer Fisch in der Nähe war oder so. Weil ich sehe hier teilweise wird der einfach zum gleichen Fisch zurückgesoomt. Das geht hier immer weiter. Und wir sehen eigentlich keine neuen. Doch, da. Goldene Stachelmakrele. Die kennen wir aber auch schon. Die haben wir ja im Schwarm gesehen. Goldene Jungstachelmakrele. Okay. Goldene Stachelmakrele. Und da haben wir den ganzen Schwarm. Gemeiner Putzerfisch. Asur. Irgendwas. Blauer Doktorfisch. Ey, das zeigt uns den ganzen Schwarm hier oder was? Es scheint so. Okay, reicht. Reicht, reicht. Lassen wir es gut sein. Jetzt aber ab mit uns. Tür ist eh schon offen. Drücken wir auch mal X beim Schwimmen. Hallo Seekuh. Kann ich auf der Seekuh reiten? Einmal im Leben auf einer Seekuh reiten. Das wär's doch. Wow. Los Seekuh. Setz die Decklattacke ein. Schwimmst du jetzt mit mir da durch? Ne, sie dreht ab. Aber die wollen gleich mit oder was? Da unten seh ich schon irgendwas. Ne, es hat bloß komisch geleuchtet. Ne, hier kann ich tatsächlich ein paar Fische befreien. Rotfeuerfisch. Oh, die sind glaube ich hochgradig giftig. Denen kommen wir mal lieber nicht zu nahe. Wir befreien hier lauter gefährliche Fische. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was wir hier machen. Jetzt sind wir hier auch so eine Art Unterwasser-Terroristen. Uah! Ne, die scheinen uns nichts machen zu wollen. Wir sind eins mit der Natur. Okay, hier leuchtet's. Wie cool das hier schon wieder aussieht, ne? Hier schon wieder ein Hai zu meditieren. Ne, das ist bloß irgendeine Statue, oder? Ja. Oh je. Da wird gleich wieder eins von meinen Dingern dran glauben müssen, so wie das hier aussieht. Ne, es war keine zu meditieren. Was machen die eigentlich? Die machen dann gleich mit. Ah! Schön, dass wir den gefunden haben. Dem hätte man leicht aus dem Weg schwimmen können. Der war leicht zu übersehen. Geben wir mal wieder ein bisschen Gas. Sorry Leute, ich vergesse das immer. Es ist immer so schön hier gemütlich durchzuschwimmen. Normalerweise bin ich auch so einer, der immer die schnellste Art und Weise sucht, von A nach B zu kommen. Aber hier ist es einfach... Ich weiß nicht, man hat Angst, irgendwas zu verpassen, wenn man auch nur ein bisschen zu schnell ist. Man will ja einfach alles sehen und erkunden. Sowas versuchen viele Spiele, aber es schaffen echt wenige. Dann spamen sie alles voll mit irgendwelchen Collectibles. Und es ist einfach nur langweilig, die einzusammeln. Das macht man dann auch höchstens für eine Trophy oder so. So, hier haben wir das nächste. Okay. Ja, bevor ich mich hier weiter umgucke, wird es keinen Sinn machen. Aktivieren wir das Tor. Und schauen uns das Ganze dann in hübsch an. Auch wenn es sogar jetzt hübsch aussieht, muss ich sagen. Anders hübsch, aber hübsch. Okay, da war ich jetzt wohl... Rückwärtsgang! Rückwärts... Geht nicht. Man kann nur abbremsen. Jetzt aber. So, was hatten wir denn? Gucken wir mal, ob es mehr geworden sind. Ja, es sind mehr geworden. Da oben sind tatsächlich die Dinger, die wir gesammelt haben. Hier sind die Orcas, hier sind die Rochen. Dann ist das jetzt das dritte und das vorletzte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe für Journey damals um die drei Stunden gebraucht. Ich denke, recht viel länger wird die Spielzeit hier leider auch nicht ausfallen. Aber im Grunde macht das auch gar nichts, denn so ein Spiel kann man auch gerne nochmal und nochmal durchspielen. Es ist immer wieder schön, da in dieser wunderschönen Welt unterwegs zu sein. Und wenn man erstmal arbeitet, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, wenn nicht jedes Spiel 100 Stunden dauert. Oh, da sind die Wale, oder? Oder was sind das für Dinger? Die sehen nicht wirklich aus wie Wale. Scheinen große Haie zu sein, oder? Was sind das für Dinger? Ich habe sowas noch nie gesehen. Wir müssen mal auf einem davon reiten, um zu sehen, was das ist. Ansonsten kann man ja bestimmt wieder meditieren und dann... Was ist das? Die sehen echt cool aus. Warte auf mich, ich muss auf dir reiten. Oh, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Oh oh. Nein, bleib da. Was bist du? Ein Walhai. Der sieht ja richtig cool aus, Mann. Unterwasserwesen sind sowieso so cool. Die haben alle irgendwas Magisches. So, jetzt mal hier weg. Wir wissen, was du bist. Meine Neugier ist befriedigt. Gucken wir uns hier mal um. Da haben wir wieder ein Tohaidu. Eine Hammerhai-Statue. Auf jeden Fall haben die Unterwasserwesen irgendwie als heilig empfunden oder so. Sonst hätten sie wohl nicht so viele Statuen von denen aufgestellt, wo die aber Menschenhände haben. Vielleicht ist das so ein Fischfall wie bei One Piece. Wobei ich das hier bei Absurd eigentlich nicht erwarten würde. Na egal. Gehen wir mal meditieren und gucken uns den Hai an. So, Touchpad. Da haben wir auch gleich als erstes unseren Walhai. Unseren guten Freund, den Adlerrochen. Wieder die gleichen Fische. Wieder die gleichen Fische. Ah, zeig mir was Neues. Die kennen wir noch nicht. Siegel-Doktor-Fisch. Fähnchen-Falter-Fisch. Oh, da ist wieder so ein Barracuda. Oh, der war ja größer als er selber. Diamant-Picasso-Drücker-Fisch. Die sehen ja mega cool aus. Was sind das denn für... Oh, cool. Ein Kuhkopf-Rochen. Okay, das ist der beste Fisch ever hier. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Aber der ist mega cool gewesen. Beenden wir das Meditieren hier mal. Und... Gehen ab zum nächsten Abschnitt. Wo lang müssen wir? Erstmal runter. Es sieht so hammermäßig aus. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das kann man hier gar nicht oft genug sagen. Okay, wo geht's jetzt lang? Hm, wir scheinen auf alle Fälle noch nicht am Ende des Gebiets angekommen zu sein, denn... Meine kleinen Freuden sind auch immer noch da. Was ist das? Oh, da sehen wir das erst mal. Ähm... Okay, hä? Das... Ich verstehe das nicht. Ist das die Sonne? Das wäre aber seltsam, oder? Irgendwie... Es gibt auf jeden Fall irgendeine magische Kugel oder so. Und die haben aus Wasser diese Kugeln gemacht? Und irgendwie ihr Zuhause verschüttet? Ich verstehe es nicht. Ich scheine auf alle Fälle einer dieser Nachkommen von denen zu sein. Auf jeden Fall haben die ihre Stadt irgendwie unter Wasser gesetzt. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht um die Babo-Koralle zu beschützen. Die man hier auf dem... Topf gesehen hat. Okay, also... Das würde mir jetzt zum Beispiel sagen, dass sie diese Kugel irgendwie hinter einem von diesen Augenteilen versteckt haben. Dass das quasi Schlösser sind. Haben sie drei? Aber die sehen auch gleichzeitig irgendwie sehr bedrohlich und bösartig aus. Im Gegensatz zu dem Rest hier, weil alles in blau gehalten ist und dann die in rot. Guck mal, dass wir hier nichts übersehen. Nee. Hier gibt's nix. Außer nochmal einen Brunnen und einen Hai zu meditieren. So, machen wir erstmal das hier. Okay, okay. Also, das ist dieser Hai. Den haben wir schon mal mit der Kugel gesehen. Oder hat der... Ich weiß es nicht. Was haben sie denn dann gemacht? Die haben diese Korallen mitgetragen. Der Hai ist mit denen mitgeschwommen. Ich kann das nicht so wirklich entziffern. Dann haben die das da abgestellt, oder was? Und da sind jetzt die ganzen Fische. Ich hab keine Ahnung. Ich versuche ansatzweise zu kapieren, um was es geht. Aber das ist das Gute an diesen Wagen... ...an diesen Wagenbildern. Irgendwie baut sich somit jeder seine eigene Geschichte. Seine eigene Hintergrundgeschichte. Was passieren sein könnte. Grüne Muräne. Schon mal ein sehr cooles Teil. Was haben wir hier? Der leuchtet ziemlich krass. Schaufeln, Nasen, Hammerhai. Mehrere Schnecke. Noch eine. Noch eine. Den kennen wir schon. Oh, Schiffshalter. Auch cooles Teil. Was haben wir hier noch? Junge Imperator-Kaiser-Fisch. Da haben wir noch ein paar Schnecken. Gab's hier nicht irgendwo noch so einen coolen dunklen Fisch? So einen dicken Dender. Den will ich sehen. Jetzt hab ich dich. Ein Relikant. Okay. Passt. Haben wir alles gesehen. Geh mal weiter. Mal gucken, ob wir noch irgendwie mehr herausfinden können. Dann brauche ich mal eine Ahnung habe, um was es hier geht. Es ist schwer. Journey war da ein bisschen deutlicher, was diese Wandgemälde angeht. Auf jeden Fall scheint es wieder das Ende des Abschnitts zu sein. Hier haben wir wieder eins von diesen Schlössern, die wir knacken müssen. Wo unsere Freunde dann abhauen. Oh, der kann ja Vollgas geben. Man muss einfach nur öfter X drücken, dann gibt der noch mehr Gas. Die sind mal losgeworden. Ab zum nächsten Abschnitt.